ES-TV, Videos aus der Region. Herzlich willkommen bei ES-TV. Mein Name ist Stefan Sandler und im Januar startete die neue Spendenplattform der Greifsparkasse Esslingen-Nürtingen, Wirwunder. Wir sind im Gespräch mit Markus Wittkamp über alles Wissenswerte der neuen Spendenplattform. Herr Wittkamp, erklären Sie uns doch noch mal ganz kurz, was steckt hinter Wirwunder? Ja genau, am 4. Januar sind wir mit der neuen Spendenplattform gestartet. Wir hatten ja bisher schon eine Spendenplattform, gut für den Landkreis Esslingen.de. Wir haben die seit 2015 gemeinsam mit betterplace.org, dem größten deutschen gemeinnützigen Spendensammler, betrieben und waren da sehr, sehr erfolgreich. Und die Idee war jetzt, auf eine neue Sparkassenplattform zu gehen mit dem Namen Wirwunder, wo alle Vereine, die gemeinnützig aktiv sind, Geld sammeln können. Welche Aktionen stehen denn demnächst an? Also wir haben demnächst eine ganz große Aktion. Wir werden demnächst Webinare machen für die Vereine. Das heißt, wir werden die Vereine informieren darüber, wie sie die Plattform nutzen können, welche Möglichkeiten es gibt auf der Plattform und vor allen Dingen eben, wie man einfach und schnell Spenden sammeln kann. Und zum Anschluss dann an diese Webinare wird es sogenannte Verdopplungsaktionen oder wird es eine Verdopplungsaktion geben. Das bedeutet, wir stellen da einen Betrag zur Verfügung und sozusagen, solange noch Geld im Topf da ist, wird jede Spende bis 100 Euro verdoppelt. Das hört sich ja wirklich sehr gut an. Warum engagiert sich denn die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen im Landkreis? Für uns ist es ganz wichtig, dass wir den öffentlichen Auftrag der Kreissparkasse wahrnehmen und uns hier im Landkreis als Unterstützer von sozialen, kulturellen Initiativen, von Initiativen im Bereich Forschung, Wissenschaft und Bildung präsentieren, weil wir darüber einfach diese DNA der Kreissparkasse dafür, für was wir da sind und für was wir auch als Sparkassen von rund 200 Jahren gegründet wurden, nämlich den Landkreis in seiner Entwicklung zu unterstützen und zu fördern. In welchen Bereichen engagiert sich denn die Kreissparkasse speziell? Also das ist ganz vielfältig. Wir sind im Bereich Soziales, sind wir sehr stark unterwegs. Wir haben viele Projekte im Bereich Forschung, Wissenschaft, Bildung, Sport, spielt natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle im Landkreis. Auch hier sind wir sehr aktiv und natürlich im gesamten kulturellen Bereich. Wie haben sich denn die Unterstützungsanfragen seit der Corona-Pandemie verändert? Ja, da gab es ganz interessante Entwicklungen. Man kann sagen, dass so zu Anfang der Corona-Pandemie erst mal so ein bisschen ein Loch da war. Vielleicht mussten sich die Vereine auch erst finden ein wenig, die gemeinnützigen Organisationen so ein bisschen wieder ihren Stellenwert finden, haben dann aber ein sehr, sehr starkes Anziehen unserer Anfragen feststellen können. Und wir halten das auch für ganz, ganz wichtig und haben deswegen auch gesagt, wir fahren unser gesellschaftliches Engagement nicht zurück, sondern wir unterstützen mit genau den gleichen Beträgen wie bisher weiter, weil wir denken, dass den Vereinen gerade in der Corona-Pandemie eine große Bedeutung zukommt, einfach den Menschen eine Heimat zu geben und ein Gefühl des Wohlfühlens, des Nachhausekommens zu geben. Und ich glaube, das ist ja in der Corona-Pandemie gerade für die Menschen eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Auf jeden Fall. Und natürlich auch die Frage, wie komme ich denn letztendlich an die Gelder? Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Wie gesagt, wirwunder ist eine Möglichkeit. Also einfach wirwunder.de slash Esslingen-Nürtingen eingeben. Das wäre eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist natürlich unsere Internetseite auf ksk-es.de slash erleben. Und dort gibt es dann die Möglichkeit, über unsere verschiedenen Wege, also sei es Spenden, sei es Sponsoring oder sei es Stiftungen, dann die entsprechenden Gelder zu beantragen. Herr Wittkamp, herzlichen Dank für das Gespräch mit Ihnen. Und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich freue mich, Sie das nächste Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Bis dahin machen Sie es gut. Ich freue mich, Sie das nächste Mal wieder hier begrüßen.